Schöner Name für eine Mumie Ja, voll Hisszap, schöne Schlange Tumbler, das Glas Tumbler Portrait Shumper Teehee Die Lache ist geil, Teehee Der Name passt Limbo Schöner Name für ein Skelett R.I.P Whipper Nibli, schöne Fledermaus Sind wir mal fertig TNT, die Boombox Boss Boombox Keine Ahnung Ne, das spiel ich nicht Conker Krimlet Egal, im Enderz Level Der Wasserlammler rinnt Flottsam Seemann Grubbeln Oh mein Gott, diese ganzen Schump Oh, gleich kommt noch der Klick-Klockwurt Da ist er schon Da ist er schon Da ist er schon Oh, Gottchen, ey. Millionen Jahre später. Das stimmt. Shito. Ah, endlich. Jetzt kommt natürlich noch das Geheimnis. Oh, die Geheimnisse. Ah, da ist er, Mumbo. Mumbo hat geile Bilder. Mumbo hat geile Bilder. Geheime Bilder. Bilder zeigen Sachen, die ich verwende im nächsten Spiel. Voll nicht. Ja, stimmt, freundlich. Hast du gehört, Kazooie? Sie machen noch ein Spiel mit uns. Voll nicht. Es kam nie raus. Zeig uns Bilder, Knochenköppchen. Ihr finden alle 100 Puzzleteile. Klar haben wir, Mumbo. Wir haben sogar noch zwei übrig. Bilder zeigen Dinge, die ihr nix gefunden. Nehmen für ein neues Spiel. Banjo-Tui. Banjo-Tui? Klingt ziemlich gut. Ja, klingt gut. Ja, klingt viel gut. Warum heißt es das neue Spiel nicht? Banjo-Kazooie-Tui? Ja, na, eigentlich. Gar nicht so unrecht dazu. Wow. Oh, ich hab das gleiche Maß. Jetzt schon so ankotzt. Boah. Es laggt. Sorry, Leute. Aber man erkennt es. Das ist... Der Trailer-Truth-Korof. Jetzt kostet. Schick. Oh, Entschuldigung. Wow. Eine geheime Höhle. Die Witter sind solche Verarscher, ne? Ja, eigentlich schon. Aroi, aroi, aroi. Warte mal. Wow, ein lila Ei. Das ist eigentlich mehr das Soppen-Swamp-Geheimnis. Okay, wieder da. Nächstes Geheimnis in Kalt-Schnee finden. Wo ist das Söhle? Ich kauf mich gerade, ne, alle Nerven, die rufen alle an! Tja. Ich bin ja eine vielbeschäftigte Frau. Oh, der Eilschlüssel. Ich wüsste, wo ich den hinstecken würde. Au. Und ich... In der Wüste. Oh mein Gott. Lieber Mumbo, wofür benötigen wir die Eier? Und... Aber guck mal, der Kazooie sagt schon, wofür benötigen wir die Eier, als würdest du sie schon wissen, als würdest du es mehrere Eier geben, ne? Ja, eigentlich schon. Das ist doch wohl... Spoiler! Ja. Na ja, immerhin. Das blaue Ei und das letzte Ei. Wow. Endlich wieder flüssig. Wow, tolle Bilder. Erzähl uns mehr. Mumbo nix verraten, Erfinden heraus in Benju-Dui. Ja, Leute, das war mal Let's Play zu Benju-Kazooie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würdest du noch was sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, nicht alles nachsprechen. Doch. Mir fertig sein. Also... Ciao. Tschüss. Tschöö.